ARD Text im Auftrag von Funk Als nächstes am Start haben wir den Mann aus Frankreich. Als nächstes am Start haben wir den Mann aus Frankreich. Als nächstes am Start haben wir den Mann aus Frankreich. Johannes, sind Sie bereit für Ihren Mann? Sie sind bereit für Ihren Mann. Ich bin bereit für Sie, Sie sind bereit für Ihren Mann aus Frankreich. Als nächstes am Start haben wir den Mann aus Frankreich. Einfach glücklich gespielt haben. Wir waren mit den Ländern da oben. Nur in der Höhe. Jetzt sind wir drauf, dass die Kamera nicht ein wenig ist. Wir sind bereit für Ihren Mann aus Frankreich. Wir sind bereit für Ihren Mann. Wir sind bereit für Ihren Mann. Wenn wir irgendwo in Berlin haben. Hier haben wir unser Kopf dritten. Das ist der Style. Wir werden leer. Läuft wieder Lüften. Läuft wieder. Läuft wieder. Wir sind wieder raus. Sie haben die Streckeverpackung. Werngesicht auf die Stadien. Die Bars. Schwinden. Einen das Schnell. Zur nächsten Steine. Und hier noch mal fertig Schwung. Das ist Johann Sipir. Der ist ein sehr guter Mann. Hier haben Sie einen Applaus gegeben. Das ist ein sehr guter Mann, Johan. Das ist ein sehr guter Mann. Wie geht es? Na ja. Graças. Das ist ein sehr guter Mann. Und das ist ein sehr guter Mann. So, wenn wir damit die Barsche verstehen. Ich freue mich, dass man das ist. Ein bisschen krank. Man kann es sich nur um einig,